Teuderich I. war von 511 bis 533 fränkischer König im Osten des Reichs, im Reich von Metz, das später als Austrasien bezeichnet wurde. Teuderich war der älteste Sohn des Merovinger Königs Claude Vichy. Seine Mutter war eine unbekannte Fränkin, die der Geschichtsschreiber Gregor von Thurs als Konkubine bezeichnet. Vermutlich gehörte sie zur Sippe der Kölner Könige. Die anderen Kinder Claude Vichs stammten alle aus dessen Ehe mit Crot Child. Von den Söhnen aus dieser Ehe waren Clodoma, Childebert I. und Clotha I. beim Tod Claude Vichs im Jahr 511 noch am Leben. Mit diesen drei Halbbrüdern teilte Teuderich das Frankenreich auf. Er erhielt den östlichen Teil, der die Champagne, die Auvergne, Teile Akitaniens sowie die rechtsrheinischen Gebiete umfasste. Residenz soll Reims gewesen sein, dies ist allerdings nicht durch Quellenzeugnisse gesichert. Jeder der vier Brüder erhielt einen Teil der Fransche und einen Teil der von Claude Vich eroberten Gebiete südlich der Leure. Diese komplizierte Teilung basierte auf dem Stammesrecht. Der Lexalica, die darin geregelte gleichberechtigte Erbfolge der Söhne wurde für das Reich übernommen. Diese Erprägelung bestimmte bis ins 10. Jahrhundert die fränkische Geschichte und trug wesentlich zur Ausformung der Reiche des Hochmittelalters. Bei, als beim Tod Claude Vichs einziger erwachsener Sohn wurde Teuderich zum Garanten für den Bestand des Reiches in den Grenzen von 511. 531 eroberte er. Mithilfe seines Bruders Claude I. das Reich der Thüringer. Zu seinem Halbbruder Childebert I. hatte er ein gespanntes Verhältnis, da dieser im Jahre 531, nach einem Gerücht, Teuderich sei gefallen, dessen Reich einzunehmen versuchte. 532 warf Teuderich einen Aufstand des Mund Erich nieder, der ebenfalls nach der Königswürde strebte. Teuderich war verheiratet mit Suave Gotthus, der Tochter des burgundischen Königs Sigismund und dessen Frau Ostro Gotthus, weswegen er wohl auch an den kriegerischen Aktivitäten seiner Brüder gegen Burgund nicht teilnahm. Teuderich starb wohl gegen Ende des Jahres 533. Nach seinem Tod konnte sein Sohn Teude Bati, sein Erbe gegen den versuchten Zugriff seiner Onkel verteidigen. Neben diesem Sohn hatte Teuderich noch die Tochter Teudi Childe, welche den wahrenen König Hermetschisklus und nach dessen Tod dessen Sohn Radiges heiratete.